Oh, but if you had a choice to save the world, would you ever lose your way? Oh, moin Leute, wir joinen. Perfect. Ja. So, und jetzt gehen wir spawnen und rippen alle, Alter. Wir tüten sie halt. Und bei der ist es auf der? Ja, bei mir steht die, bei mir, wie immer auf dem... Hehehe, das ist nicht dieselben, nein. Irgendwie immer auf dem, wenn ich auf den Server jointen, steht bei mir saulang Connecting. Weiß nicht, deswegen hat es zwei Grad zu lange dauert. Alter Digga, ich hab einen anderthalben Stack geholt, ne? Also wir können auch zwölf Gaps machen. Ich geh übrigens hier durch den Gang. Also... Ich würd sagen, wir gehen... Könnten eigentlich nach oben gehen. Könnten ja natürlich auch. Willst du Krampf-Fuldi schaffen, oder? Nö, also ich brauch keinen Fuldi. Ich bin mit meinem Dreiviertel und der Schuhe absolut mehr als zufrieden. Mhm. Wenn ihr das Treffeltel und eine Chestblade nichts ausmacht. Ne, ich teile ja eh mehr aus, wie ich einstecke. Finde ich gute Einstellungen. Wollen wir netter gehen, oder so? Schaf 4 machen? Ja, ich will auf jeden Fall ein besseres Schwert. Ja, halte ich auch nicht dagegen. Also entweder will ich Schaf 4 und ich will Feier ausbringen. Ja, lass'n. Das ist nur gut. Das ist... Wir könnten auch noch die Healpots machen, ne? Ich weiß. Ja, dann lass' hochgehen. Ich baue mich jetzt in der Schlucht hier hoch. Auf Risiko. Ich komm' auch. Ich mach' mir grad schnell ne Steinpicke. Ich könnte mir eigentlich einen Scheisenpicke machen, aber ich war grad zu Fauleisen nochmal zu verwenden. Ich komm' neben dich. Oh, alles gut. Wollen wir noch Äpfelfarmen oder nicht? Oder lieber direkt netter gehen? Ich glaub' netter ist das Wichtige. Äpfelfarmen können wir noch kurz beim Fight ein paar. Ja, haben wir schon. Also, es war eigentlich nicht so schlau. Wir haben ja paar Gaps. Wir haben ja paar Gaps. Ist ja nicht so, dass wir gar keinejenigen haben, aber... Ich find's jetzt schon besser, wenn wir noch... So'n Schwert noch... Wenn wir jetzt was... Ich will so schnell die Level durchballern. Ich hab' grad auch 13 Level, also ich könnte schon übelst viel machen jetzt gerade. Aber gib mir dann noch deine zwei Dias, weil ich will echt was gucken mit Bücherregalen. Ich mach' einfach noch ein Dias. Ich werd' auf YOLO. Ja, okay. Aber ich bin oben, gell? Ja. Ich brauch' gleich jeden Moment. Kannst schon mal gucken. Weißt du, wo die Spawncots sind? Äh, kein bisschen. Weißt du's oder nicht? Ne, kein bisschen. Achso, kein bisschen. Achso, kein bisschen. Ich hab' das nicht verstanden. Ich hab' verstanden ein bisschen. Ich dachte mir so, hä, wie kann man das ein bisschen wissen? Ähm, ich tue grad schweinig auf dem Berg, weil... Essen hab' ich gar nicht mehr so viel. Aber ich kann dir noch ein bisschen Pork, ich kann dir gleich mega viel Pork geben. Hier liegen übrigens voll viele... Ey, hier sind ganz voll viele Skelette gestorben oder wurden gekillt? Hm, ich denke gestorben, aber zweite wär' mir auch lieb. Wenn wir vielleicht noch jemanden sehen. Also ich bin grad auf dem Berg, by the way. Ja, wenn du willst, kannst du hier noch kurz ähm... Tiere töten und guck' ich wirklich hier im Sumpf grad schnell, ob ich hier vielleicht doch noch einen Apfel drop. Weil ich hier grad noch Holz fahre für Bücherregale dann. Hm, ja. Du brauchst ja nicht so viele Bücher dann jetzt, ne? Da kannst du mir dann noch mal ein paar Bücher geben. Mh, ja, kann ich fahren. Ähm, wie wär's denn hier nochmal mit zehn Stück? Und noch die zwei, die ist. Ähm, ja. Okay, ich drop CDI hier im Saliental. Ich glaub' ich muss sogar noch Stacks von den Labus noch mit. Ah. So, ich hätte eh noch zwei Stacks, also. Ja, deswegen würde ich auch zwei Stacks haben, einfach safety. Hm, ja. Vielleicht spawn, gibt's das? Ja, gibt's das. Ja, gibt's. Toll. Echt? Ja. Minus 86 und 483. Toll! Ist es weit weg? Oh ja. Ja. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann lass' ich jetzt loslaufen. Ja, komm. Kommst du her? Ich bin unterwegs. Also, keine Ahnung. Ist halt schon in Kral und Geweite. Ja, 900 Blöcke. Da hab ich schon, äh, haus'nimmer. Aber die zweite Koordinate, ja, sind auch nochmal 500. Äh, lass' gucken, dass wir die beide perfekt laufen. Also, so ist schon mal gut. Wird aber ein bisschen mehr noch nach links gehen, damit, äh, x schneller verliert. Ah, da ist nicht Hühnchen, das nämlich mit. Ah, hier sind noch Fehler. Zwei Stück. Ja, ist gut. Ich nehme hier noch ein paar Kühe mit Fersen. Mach' hier auf. Na, ich hab' gerade 19 Fleisch, ist grad' mein Essen. Ähm, ich hab' deutlich mehr. Ich kann dir auch noch was geben. Ja, passt schon. Na, ich hab' 26 Schweine und ich hab' noch, und ich hab' 6 und ich hab' noch mal genauso viel Kuhfleisch. Oder sogar ein halbes Deck oder so. Och, scheiß' Kuhgönn halt nicht. Ja, ich lauf' jetzt einfach mal ein bisschen weiter, ne? Denk dran, du hast halt keinen Schander, ne? Also, ohne mich bist du ein bisschen... Ich baum, wenn ich schon da bin und muss spawnen, dann baue ich doch noch eine Team-Chester. Stimmt, ja, das kannst du so machen. Da hab' ich dann mal vielleicht das Schab-3 in die Hand. Ah, Football-2 hab' ich ja, außer der Eisenhose hat die Eisenschule halt. Ja, aber mein Chess-Belt ist auch ein Schandes. Meine Schuhe sind Super-Prot-1, weil ich um das Köffer entschaden muss. Das ist die zweite Koalierte, wie hundert ist. Das ist, äh, das ist mehr Baguette, muss ich sagen, echt ein Wunder. Ja, ich finde das irgendwie immer schön, wenn das Spawn recht nah bei 0-0 oder sogar 0-0 ist. Weiß nicht, ich finde das cooler bei Varus. Ja, gut, manchmal ist halt das Problem einfach da, dass 0-0 einfach richtig die Scheiße ist. Ja klar, aber dann kann man sich mal die Mühe machen und 1000 Welten öffnen, bis man... mit Dom und für Mado 7 gemacht, ne? Und es, und wirklich, das nächste, was wir gefunden haben, glaube ich, 200, 200, wo es einmal gut war. Der Rest war einfach so Müll, ne? Ja, wo ist Mado 7 Spawn, weiß das noch, oder? Mado 7 Spawn, ne? Keine Ahnung, was es war. Also es war 200, 200, 300, 300 oder so. Ja, auf jeden Fall sollten es zwei gleiche Zahlen sein. So 200, 200 wäre schon mal gut. Kann man sich wenigstens merken. Siehst du wie jetzt? Minus 86 und 480. Kann man sich schlechter merken. Tragerado-Zahlen wenigstens, weißt du? Also ich kriege einen Lach-Kick, wenn ich die beiden tippen jetzt umspawne, dann hat sie weg. Schade. Glaubst du, dann draußen zu joinen? Ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute keinen Bock haben zu joinen, während wir draußen. Ja, kann schon sein, aber... Das ist ihre Schuld, mein Gott. Auch wenn die Leute sogar von uns schon gefragt haben nach... Ja, Erdbeerrot und Chester spielen bestimmt gerade das Truss im ORC. Also ich bin nicht mehr so weit weg vom Spawner. Ja, nicht noch. 300 Böcke, 200. Ich glaub, ich bin noch 200. Alter, der droht sich! Guck mal, wenn er am Spawn ist, dann schreieieieiei. Oh, ich bin am Spawn. Der ist aber das Ape nicht da, oder? Nein, ich hab deine Folge gesehen. Also es wird mich wundern. Er ist halt ein Solo. Zum Tobi wollen wir jetzt auch noch ganz cool. Oh, er steckt das mal MZ? Hä? Er steckt das mal MZ am Spawn. Achso, ja, dann war erdbeerrot und so schon am Spawn. Und ich bin, ich sehe auch die Türme. Ähm, das heißt einfach anspornen? Nein, ich mag das nicht direkt am Spawn. Ich weiß nicht, ich hasse das. Weil, wenn man mal... Mir ist das mal passiert. Ah, Ray ist auch am Spawn. Oh, Ray hat Fleisch drin gelassen, böser Ray. Hat da nichts gelernt. Ähm, ich mag, bin ehrlich. Ähm, mir ist das mal im Varus halt auch passiert, dass, ähm, wie ich an der Chess gestanden hat, jemand gechoiten ist. Und er neben mir gestanden, ich hab's nicht gemerkt. Wo bist du denn? Äh, ich bin jetzt am Spawn. Irgendwo. Genau am Portal. Genau auf der anderen Seite vom Portal finde ich. Ah, ah. Woher machen wir jetzt Chess just? Würdest du da hinten machen? Okay. Riechle Außerhalb. Ich würde eigentlich davon auf der kleinen Erhöhung machen. So, wo der Ofen steht. Da wo der Ofen steht. Da wo der Ofen steht. Ja, egal. Weil jetzt ne Mails öffne ich ihn, wird weggespringen. Passt schon. Oh, eine Feder. Danke. Er hat auf jeden Fall Werfel gefarmt. Oh, Kohle! Ein Stack, Alter! Oh, danke! Steak. Das ist nur der Rest. Ne, jetzt hab ich auch nochmal ein Stack hole. Echt? Ja. Ich hab nämlich noch ein bisschen. Also ein Double Schuss hab ich. Und ein Schild dran. Schick mal die Melons jetzt rein, ne? Mal, mate. Ja, mach das. Das brauch ich jetzt nicht. Das brauch ich jetzt nicht. Gold lege ich mal rein. Fäden. Ne, wobei, Fäden nehme ich mal ein paar mit, falls ich nach dem Bogen gehe. Ach, die Sonnenblume nehme ich auch mal in die Chest. ins Ei. Das ist der tolle Team Chest. Was auch mal ganz wichtig ist. War auf dem Table. Warte. Hast du noch Eisen? Ja, 51. Dann brauchst du was abgeben, ja. Äh, hier. Nehmen wir noch 26. Oh! Da sind sie wieder da. Keine Skills. Schuss. 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 Zweifel ich aber um mich zu sein. Richtig hart. Wäre lustig, also ich hätte natürlich nicht dagegen. Einfach mal fight ready aus. Ne, die sind da nicht. Die Farm noch. Mein Folge 6 ist auch ziemlich früh. Ich habe wenige, die ich so viel fighten wollte. Ja, ich werde mal vorstellen. Was? Ja, du warst. Du warst zum, ähm. Okay. Ich war ganz voll so. Nein. Ich war ganz voll so. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich dachte, ich werde jetzt. Ich dachte jetzt irgendwer da oder so am Spawn gemacht. Nein, beziehungsweise. Mach nicht viel. Soweit sind, dass wir im Team geklatscht haben. Was irgendwie ein Charter hatte. Dann könnten wir jetzt weiter so. Auseinander getrennt waren. Jetzt muss ich ja mehr oder weniger so. Du kannst dann hier auch versuchen, ne. Mit, äh, Dingen auf Scharp zu kommen, ne. Mit den Büchern. Mit den Bücherregalen. Hast du Bücherregale gemacht? Ja. Ahja, wo? Also. Solche waren ja schon mal definitiv welche. Oh, Scharp 2. Wieso? Hm. Ob man einen Trab, also instant. Boah, Scharp. Also, ich stelle mir das grad vor. Scharp. Fire-Sharpens. Auf einem Gierschweil. Eieieiei. Das wäre ja richtig böse. Ähm, kannst du Amboss für mich aufscheinen vielleicht? 2 bekomme ich überlegen ob ich das halt machen soll ich lasse zeug mal stehen ach du scheiße das hat sich schon mal gelohnt habe jetzt schon mal 33 schabtücher weil es ist okay ist nichts besonderes so aber schon fünf bücher wieder ich habe meine teile platz war ja ich habe nicht so oft hier hat geachtet dass ich darauf kommt ich komme jetzt noch mal ich versuche jetzt einfach ob ich habe ob ich will den vielleicht auf schabt zwei enchantment bei eisenschwert einfach vielleicht mehr bekommen level requirement 12 na steht ab 2 könnte ich wo man hier steht halt probieren da denkst du es lohnt sich das kommt aber kann kommen ja ich habe auf jeden fall auch schon billiger da gerade eben ich habe zwei also ich habe aufpassen weil eine minute ich brauche jetzt die bücherregale ich gehe gerade in richtung 10 level fahren ja ich habe mir vor schon das erdbeirut feier hatten ja safe ich weiß nicht die sind auf die jahr schweizer hatte in seine maro classic war hatte der auch auf dem fucking ihr schwert feier speck er hat immer feier speck in mir manche leute die lachen hat er richtig aber ich verstehe gar nicht was heute gemacht haben ja du musst du noch mal kurz ein bisschen eisen geben damit ich oder ich gebe dir das eisen weil du hast ja auch irgendwas in diese 20 oder so ich habe auch mittel 20 ich habe einfach aufgeteilt ich habe jetzt mein ich habe drei buch könnte ich jetzt machen aber manche nicht so toll ich habe hier zu machen das war's mit der folge wir sind da was nicht was ich habe hier die lüge okay und das war's mit der folge bis zum vorn